Oh Bei Jungs Heute CV? Jason, tschau Heute CV? Jason, tschau Heute CV? Das habt ihr gefragt. Ja, wenn die Antworten machen, dann weiß ich mal Ich weiß nicht, ob ich so sicher Warum ist CV bei uns? Jason, tschau Ich spiele ja auch alles auf Low jetzt, gell? Aber wenn ich Fortnite beende, Neustadt, dann ist egal alles auf jeden Fall Ja, das ist glaube ich, ja Ich will mal Popnik spielen, ich will gucken, wie Eggens hier und so aussieht Ich, 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 ich glaube du hast Dinger gemacht Äh, wie heißt das? Schreib, 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 schreib Was? Du bist leise Ja, durch Treppe Was? Ich hab 2 EF auch Äh, ja, ich hab auch 2 EF Ja, ich auch 160er Achso, stimmt, du hattest ja 2 EF Oh, du shit, jetzt hab unser Nice Du hast 2 AP, ne, damit Ich bin einfach gespawnt, Jungs Ja, das ist so Ja, wir leben alle Was ist das ohne denn? Das ist, das ist Respawn, ich So, bei mir ist auch ein Problem, ist klar, was ist die Loot? Was ist die Loot? Was ist die Loot? Hä? Ich hab ja auch noch aufgenommen Ey, Digga, mein Ding ist so schwul Ich bin so hoch Digga, was ist das auch so wie? Das ist 50k-Kid 50 Kilo Näm ich morgen auch 300 Kilo Kit Äh, der Mensch Ich bin, das entspricht der Wahrheit Ja, Oskar hat sich 180 Kilo Kann ich noch immer noch mit K-Kid Okay, Yush, 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 wey Leider Rolla ist mir ehrlich lieber fett als so 50 Kilo Chicken Nuggets, brother Size don't matter Rolla Das weiß ich nicht 4 Dweil Control by the way No, Ufo, wer ist das? Ja, das ist Amen, der keine Hunde hat Das läuft, was läuft, was läuft Was läuft, was läuft Was läuft, was läuft DIGGA Das ist nicht mehr 50 Kilo Kid, DIGGA ZWEIMAL 22 HITZ! ZWEIMAL 22 HITZ! ZWEIMAL 22 HITZ! Das war ein Gummibärchen, die ich in die Fresse geworfen hab Digga, wer schießt mich jetzt runter, DIGGA Nicht dieser Ray Ja, ja, ja Das ist der größte Hunde und der Ray mit der dritte Notenwohnung ja das ist besser der denkt Ding, der hat sich jetzt gefickt der hasse ich ihn auch der gibt doch besten Fäckens 33 Hälte schon, ich geb nur so low jetzt an ich hab den 33 Hälte schon gegeben ich krieg ne scheiß Waffen an ich krieg ne scheiß Waffen an ich hab den 3 Hälte schon 5 R Dinger Hallo, dead oh, ist verpiss dich oh, ist der Piss dich ich hab den 38 Hälte schon ich hab den 38 Hälte schon ich hab den 38 Hälte schon oh mein Gott, meine Waffen ich hab den Waffen, Digger, küsst euch ich hab den Waffen, Digger, küsst euch ich hab auch geile Waffen, Goldene, Schwarz und Heavy ich hab normale Wok-Tag Digger da liegt so viel Loot, ne erhob mich oh mein Gott schieß doch, du Bastard schieß aber nicht weil er nur ein Sohn ist genau danke für die Waffen ey, du bist nur er sprayt nur rein du bist nur keiner Wichser er sprayt nur er sprayt nur ja, du bist nur ein Hohen und Sohn bist du bist scheiße wir haben ja Snipe da vorne danke für den Nude du bist scheiße hey, meine Pong-Wing-Pong haha, du Wichser hey, komm ich hab auch schon nicht geschossen auf dich, sei ruhig jetzt hast du eine Goldene Schwarz hey du hast nachgeladen, wie schießt du schnell einzig Digger keine Ahnung Gäme jetzt scheiße einfach 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 Wollen wir Heavy, aber trotzdem diese Müll-Tag Digger Samu, nein, geh weg bitte das ist 50 Kilo Samu da kommt ein Vogel von oben Diggi oh, ich bin rausgetappt er ist rausgetappt er ist rausgetappt er ist rausgetappt er ist rausgetappt Leute, er ist rausgetappt ich kann nicht die machen ich kann nicht die machen scheiß Discord tschüss Discord, ciao tschüss wir sehen noch Segwarn, ok Digga, ist erste Runde er schießt runter Digger Juni du bist so ein Hurensohn 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 er lacht sogar er lacht sogar er lacht sogar Digga, du willst sein nicht du bist Digger, dieser Ray hört sich an mir, du bist so ey, ich hab jetzt meine Tür zugemacht guck mal ey ey Jungs, ich hab jetzt meine Tür zugemacht und guck jetzt was passiert, ok ganz kurz gucken nur oben links nur oben links gucken ich hab dich da geschnitten, du kleiner Hurensohn hahaha jetzt lachen wir das ist ein Wixer oder ich hasse Discord-Baddes und du bist Digga mach E-Game-Chall ich kann nichts machen Digga, hä? Waller nein Waller nein Waller nein, Waller nein Waller nein, Waller nein, Waller nein Waller nein, Waller nein, Waller Jungs, 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 Jungs Jungs, Jungs, Jungs Jungs, Jungs, Jungs Jungs, Jungs Jungs, Jungs sag mal ich hab's eigentlich extra nur Glück, um die Woffenzurkungen die Woffenzurkungen ich hab gewusst, dass wir geiler waren Nein, was kommt jetzt wieder rein Mann was kriegst du mich aus Gruppen? weil du in Hosen sohn bist guck dich mal an der Kette Jungs, Jungs, Jungs Jungs, Jungs, Jungs ich will nicht sagen ey, ich will nicht sagen ich will nicht sagen er schießt runter und gleich guck mal ich schwör er schießt runter du nimmst das Spiel zu ernst ich will nicht sagen ey, ich will nicht sagen ey, ich will nicht sagen wenn wenn ich das Spiel nicht also ich nehm das Spiel nicht ernst, der das Ernste bist du, weil du grad ausrastest Woher Recht hat der Recht? Woher Recht hat der Recht? Woher Recht hat der Recht? Der stimmt mir zu, ne? Ja, die stimmt mir so oder so zu, der gar Ehrenlos, wer Jumpert kaputt schießt Ich wollte grad schon kaputt schießen Na, jetzt hab ich gelasert, man 100 rein, hab ich HP Junge, O's, Digga Das bin ich nicht Hab O's in Headshot gegeben Nein, komm, schieß nicht Komm, schieß nicht, ich hab nachgeladen Ich hab nachgeladen gedrückt, Mann Hey Bro, was ist geil? Egal, ich hab genau die selben Waffen, wie ich davor hatte Passt doch, einfach 12 HP Junge, ich muss weg Ich hab 12 HP, Digga Jungs und 3 Ray, Ray ist so schlecht Er steht einfach auf Fallschaden Er steht einfach auf Fallschaden, Mann So ein Yadach-Kopf, Alter Er steht einfach auf Fallschaden, weil er scheiße ist Was da sind's da, Münster, TikTok? Ich helf dich, ich helf dich, ich helf dich Nein, halt nicht Warum machst du denn Spaß? Warum schießt meine Spaß nicht? Und warum gebe ich denn 30 gegen deine Spaß? Was für ein 40er, Digga Digga Digga, Digga, Digga Ich bin schwarz, ich darf das sagen Ich auch Ah, ja Also O ist es nicht Brauch, brauch Brauch der Lachen, Digga, der wird in Amerika gefickt Ja, ich hab deine Mutter in Amerika gefickt Ha 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 Kommt hier aus in Amerika Deine Mutter, Digga, chill Junge, warum gehst du noch auf Mutter, weil du sonst nix hast, oder wie? Ha 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 Geh nicht zur Mutter, du Kleine Ha 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 Aim it! Aim it! Nein, bitte! Was für ein Nein, bitte? Ich bin also nicht weit Oh ja, oh okay, ich zieh durch Ich bin hier Ich bin hier Bisschen viel geredet Ich kann auch mit wem du redest, wenn du keinen Namen erwähnst Hä? Ich rede mit meinem Bruder, du unternehmen jetzt Ja, du hast ein Bruder Ey! Ja, ich hab viele Ey, Ray, ich will nicht sagen, ne? Du hast in neun Monaten bald ne Schwester, ne? Oder das geht nicht Doch, natürlich Wie, das geht nicht Wie, das geht nicht Hä? Mathematik, Digga Die will ich nicht wahr, Digga Suche keinen Hinblick Geh nicht zur Mutter Geh nicht zur Mutter Bitte, ich will mich auch Ich will mich auch Ich will mich auch Okay, ich mach nichts Egal, egal, egal Komm, ich komm Versuch mich zu Warte Warte Lass von neben Ey, Lass nach Ey, Lass nach Ey, du hast immer ne Kippe gebaut, was hier Ich darf ne Kippe Ich hab ne Kippe Ey, meine Pamm schießt nie Ey, meine Pamm schießt nie Warum schießt meine Pamm? Meine Pamm schießt nie Meine Pamm schießt nie Ich bin so in deine Fress drauf Aber meine Pamm schießt nie Wird schießt nie Ey, du musst dir vorstellen Ey, du musst dir vorstellen Dieser CCN Ray, ne? Der läuft so an mich ran So drei Nanometer Gib mir ein Pamm Patch Ja, das fuckt übelst ab, Digga Ey, 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 ey Ich hab gedacht Ich war One-Shot Ich war One-Shot Ey, 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 ey Ich renn vor Ray weg Der lasert mich Der sagt Ja, immer Ich war One-Shot Ich war One-Shot Darum hab ich nicht gesagt Mach den größten Comeback Comeback, Alter Den größten Comeback Rates 2020 Du mein Gott-Bag, Alter Digga, ich hab ne graue MP, Digga Die ich hintereinander gesoffen hab Digga, ich will auf dem Job jetzt Sprich, ich sterbe Ich kann nicht Ich versuch auch Oh, ich hab's auch geschafft Ich hab's geschafft Ey, ey, Digga Ich will fucking, äh, ne gute Waffe Drei, 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 zwanziger Alter, Alter, meine Papps sind grad nicht gut Wallah Digga, jetzt kommt Ray, geh weg Na schade Werde ich von Ray Ah, das ist nicht Ray Oh, das ist Spass, Digga Ey, Mann Ich hab, ich hab ne Spass Ey, Dings hab ich dir schon erzählt, dass ich die Daki habe Ey, mir, mir Ja, hast du schon Du hast, glaub ich, in Discord ich war, glaub ich war Aber ich weiß, dass du ne Daki hast Das ist schon letztes Mal Erinn, ich hab ne goldene Spass für dich Und ich hab deine Mutter gefickt für dich Ja, aber ich kann die gerade nicht aufsammeln Ich hab die gerade nicht aufsammeln Ey, gib mir einfach ein One-Pop Digga mit grüner Farm Ich hab heute ne Papps die Brustreiß, Digga Boah Nenn mal ein gutes Aim, Bruder Danke für den Spass Ich tanz jetzt auch Geh weg Geh, dann tanzel Ja, we go, alter Ich hab Kontroller weiter rein Das ist Spaß, das ist du Spaß, Adam, du Spaß Ey, du was, du Sweater, Alter Soll du Nein, Pickaxe Ich wollte Pickaxe Der liegt zu genug Der liegt zu genug Ich weiß, danke, Bruder Ey, guck mal Ich will nicht sagen Ich hab keine Mention Aber meine einzige Möglichkeit war in Pickspexel Ich wechsle, ich geb ihn, ich geb ihn, ich geb ihn unter 98er, der 2er B. Junge, wer stoppt jetzt ab? Ja. Ich stoppe noch mal mit, aber sauber. Ey, da liegt zu viel Loot, Ray, du Boss, da liegt zu viel Loot. Ey, 50 Kilo Kid KSAM ist wieder drin. KFC, digga, KSAM 50 Kilo. Da liegt zu viel Loot, da liegt noch nicht Spaß, ne, ich lass euch. Okay, ich hol, ich hol. Oh, da liegt leider keine Spaß, digga. Nee, geht nicht. Oh, es geht mir pushen, obwohl ich ihn loot, ah, er denn, er denn. Das bin ich, Bro. Ja, Luke, ich bin Pawn, ich weiß. Oh, es geht dir nicht weiter, Puschen, oder was? Easy! Oh, oh, shit, shit on, shit on, shit on, shit on. Oh my god, shit on. Shit on. Du warst nicht, weil ich war Loot und Lappen. Shit on. Samus stoppt mich ab, nicht shit on, Bruder. Samus stoppt mich ab. Hatte 8 HP. Ich bekomme vielleicht in 10 Runden Spaß, oder so. Typisch guck, ich fühle immer Spaß. Sorry, wenn ich gerade runtergeschossen bin. Egal, egal. Gehört dazu. Egal, Bruder, gehört dazu, ja, ja, ja. Ich bin von 8 Zeiten gespeit. Das gehört aber nicht dazu, ihr Wichser. Das ist einfach hoch und schöne. Ey, bei mir liegt noch eine goldene Spaß, weil es jemand will. Bis Corona, Morana, Dorana. Ey, das ist Jake. Ja. Ja. Oh, Digga. Das ist der Ray, Digga. Geh mal weg. Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Was? Junge, ich dachte halt wirklich, das wärst du, aber pass schon, Bruder. Ich bin schweißig. Nee, ich spiel noch nicht auf PC und ich hab nicht mal Geld. Mein Name später, ne? Ja, aber... Das ist der Ray. Ich spiel nicht auf Xbox. Ja, dann halt auf Konsole, Digga. Fuck du jetzt. Der ist ein Huhn. Der ist so richtig klein wie das Kind. Digga, du konntest mal auch erwachsen werden, glaub ich. Oh, Scheiße. Oh, oh, wie cool. Egal, ich hab mich grad low gemacht, aber... Oh, Digga, dann... Oh, Digga, dann... Oh, Digga, dann... Ich hab noch eine... Ich hab noch eine goldene Spaß, ne? Ich hab noch eine goldene Spaß. Ich hab noch eine goldene Spaß. Ich hab noch die Spaß, du Bastard. Nein, wie, der ist über mir... Ja, Digga. Ja, Bruder, warum muss das bei mir immer lag? Ja, das lag bei mir auch grad. Ich hab... Ich weiß nicht, wieso... Ich geh! Ja, das ist halt bisschen verzögert bei mir. Ich hab 40er Ping und crazy. Jake, nice skin! Jake, nice skin! Jake, nice skin! Ich bin gestern nicht mal ein lag. Ja, genau! Ich würde so gern alle runterschicken, ich hab... So alle runterschicken? Ich hab mich so gefaked. Digga, da stopp. Ich hab mich jetzt wieder ab, man. Ey, 50 Kilo Kits is low! 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 Überdreck man nicht, ey! Wer ist das hier? Wer ist das hier? Wer ist das hier? Jake, are you there? Ey, mein Blumen gehört wirklich null heute. Ich schwöre nie, never, Digga. Mein Blumen heute ist so scheiße. Ich will nicht sagen... Wie viele sind hier oben, ne? Ehhh, okay. Ey, 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 ey! Ey, 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 ey! Ey, ey, ey! Wollah, würde ich so rumschreien, wenn ich ihn töte, Digga? Jetzt mach ich auch... Jungen, ich hab dich geschüttelt. Jungen, du warst die ganze Zeit, ne fucking Spaß! Du machst das so auch nicht runter und kipp dir in One-Pack. Okay, wenn du ein bisschen geschüttelt bist, dann, Bruder, weil... Dann ist jeder kill vor mir auch geschüttelt. Ich lebe mir auch. Ich schwöre. Ich mach fast nur solche Kits, ey. Nein, ich flieg runter. Ich werde weglesen von Ray, natürlich. Kontrollabwehr. Nein, nicht von mir. Das war nicht von mir. Natürlich nicht, Ray. Habst du gesehen, dass du ich warst? Jungen, das war's nicht. Junge, Junge. Ich gucke in die Fresse, wie der mich lese und er sagt, er war's nicht. 15. Nicht. Ja, Digga, ich hör schon diese Bubba-Tag. Jungen, warum kommt ihr halt nur auf mich? Was glaub ich? Ich tue so, Ray push mich und dann kommen auf einmal alle anderen. Ja, Digga, ey, ich kann nicht all mein Leben eine gute Waffe haben, Digga. Ich komm auch nicht. Ich hab, ich hab den Formel, Ben. 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 Ey, Tobak. Hast du Bock auf Dings? Wie heißt das? Äh, Duo Zone Wars. Duo Zone Wars? Was ist Duo Zone Wars? Äh, ich meinte Duo Box PvP Zone Wars. Du Box PvP Zone Wars, was ist das? Das ist, äh, jeder, äh, zwei Teams, also ein Team, äh, es gibt mehrere Teams von jeder, zwei Personen mit einem Team und dann fighten alle gegeneinander. Ah, wo ist die schon los? Ich. Ich, äh, mich und Jake, mich und Jake, mich und Jake, mich und Jake, mich und Jake. Hey Jay, we play 2 vs 2 box fight, damn we shit on him, quick. Ich war ironisch an alle, die Humor, mein Humor nicht verstehen. Ey, mein Blumen gehört wirklich null. Ich schwöre mal, mein Blumen gehört wirklich null. Ey, wo bist du, Digga? Komm doch her. Komm jetzt 2 gegen 2, Jungs. Nice shot, Digga. Oh, nein, 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 nein. Ich hab keinen Blue Life. Der pusht mich grad. Natürlich, Ray, natürlich. Ich hab keine Lockdown. Ah, du Hurensohn. Du wichser. Das stimmt, Lars, das stimmt. Ich hab grad aufschießt, meine Befehle. Oh, du wichser doch nicht. Das scherzt mich nicht, Junge. Er edit, obwohl er bot für das. Soll ich was sagen? Ich edit deine Mutter, obwohl ich fast mal gepickt hab. Ey, gib mal Blue Life, oder? Ja. Geh nicht auf Mutter, geh nicht auf Mutter. Okay, nicht zu Mutter. Mutter ist ehrenlos, du Hurensohn. Ich brauch dein Blue Life, falls du hast. Jetzt kommt jemand von links. Ja, danke fürs Runterschießen, Digga. Geh ich zu Hause! Das war Ray, Digga. Hey, das war... Das war... Das war so... Ich war in der Back. Ich hab gedacht... Okay, T.M. No runter, aber dann... Ah, wir weg! 26 headshot. Banjal, Bruder! Ich hab gewartet, bis du kommst. Wir sind Duo Mates, okay? Jetzt Serhat ist auch noch drin, ey! Jungs, ich... Ich... Scheiße, ich hab auch kein... Wallah, Wallah! Also, also, jetzt... Bini, das war kein... Wer kämpft da unten und lasert? Nee, darf ich in Zedat mit spielen? Nein! Boah, ist egal. Ich liebe dich, Daniel. Daniel darf immer mit spielen! Zedat sowieso, Alter! Ja, Digga! Das ist wieder Goofix, Digga! Geist, Digga! Nein, das war, glaub ich, 90er, aber egal. Der pusht mich schon wie so ein Haiwan, Digga. Ja, ich bin... Ich bin lower als keine Ahnung was. Ey, du Weltmeister! Warte doch, bis ich gehealt bin! Ich will die Pickaxe'n, aber... Ich würde die Pickaxe'n, aber... Ich würde die Pickaxe'n, aber... Oh, lol, Digga! Ey, 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 ey! Ja, danke, Oos, dass du mich gekillt hast! Wallah, immerhin nicht, Ray! Ey, Adam, das Ding ist... Man, das ist Chaos, Acham! Ey, das Ding ist... Ich... Ich... Ich geh einmal nach oben! Ich geh einmal nach oben! Ich kasse direkt 30 Laser von irgendwo, Digga! Ihr seid alles, Hunde! Wallah, nur ich! Wallah, 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 Wallah. Ey, Jungs, wollt ihr noch höher bauen vielleicht? Ja, ja, ja. So... So Mount Everest-mässig. Und... ... und... ... wie ein Präsident, aber lieber wie ein... Ich könnte so alle mit einem Rocket Launch aufgetauschießen. Wenn du schon machst! Ja, aber... ... rocket launcher, aber ich bin kein Huse. Ey, ich hab gedacht, ich... Daniel ist so lucky Daniel ist so lucky Serhat, komm rein Warum hat er skaniert? Alter, du bist da Wunder, ich kann nicht Welcher Ruhre du? Welcher Ruhre du? Welcher Ruhre du? Serhat, du weg! Rett, beschwer dich gar nicht immer runter schießen Ich schwöre, du warte Ich hab nur einmal, jetzt auch einmal Also ich 2 mal mit Adam 2 mal mit Adam Halt mal euer Maul Wer auch ehrenhaft spielt Digga liegt jetzt Lass einfach Squad spielen Ja, Squad 8 Leuten Squad Nein, viele Leute Der Rest ist ehrenlos Danke für den Spaß, Baby Welche Ruhre du schießt schon wieder runter? Wer will wieder runter schießen? Es ist Ray, Digga Töb mir halt schon, Digga Oh mein Gott Du bist weiter, du bist so Ey Jungs, was geht da ab, Junge Ich schieß irgendwie Ich geb jeden 30 Hit gefühlt Ich hab keine Ahnung Ja, bitte Scheiße Scheiße Ich will 2 Ey, komm 4 gegen 4 Gewinner Team Krieg von jedem ein Dämen Oh, Digga Lass man wirklich machen Ey, ich bin so weggelasert Ich bin so weggelasert Okay, komm Waaaii Ey, Oos Hä? Hallo Ja? Hi Hi Er sagt noch gut was Hecker Weil ich die Gepicke ich hab Bruder, ich hab meines Paar Ja, ich weiß Ey, wir gehen da eh zurück zum Centrum, Jungs Äh, welche Teams? Äh, Oos Ich Oos Lass du es Teams Wir machen einfach Zufallsgenerator Okay Wir machen Zufallsgenerator Zufallsgenerator Ey, Jungs, warte Jungs, seid leise Zufallsrat Okay Zufallsgenerator Guck jetzt Also Zufallsgenerator Nein, ich will Zufallsgenerator Nein, ich will Zufallsgenerator Ja, dieses Glücksradgenerator So, Jungs, ich mach jetzt Glücksradgenerator Okay Tamam Ich schreib den Namen hin Und dann Junge, im Internet muss doch Zufallsgenerator geben Alter, was ist das? Zufallszahl Hier klicken Ey, nein, guck mal Ey, wie viele Leute sind wir? Okay Ich mach jetzt 8 Von 0 bis 8 Äh, von 0 bis 8, ne? Eigentlich Ne, warte, von 1 bis 8 So Ey, also ich guck jetzt Jungs, Jungs, wir machen so Also Wir machen so Also Serhat Ist 1 Daniel ist 2 Merkt euch in den Nummern Jungs, Jungs, seid mal leise Halt mal eure Fressen Wir machen so Serhat ist 1 Daniel ist 2 Eren ist 3 Jake ist 4 Äh, Ray ist 5 Wer gibt's noch? Wer gibt's noch? Warte, äh, 5 Wer gibt's noch? Wer gibt's noch? Ufo 6 Sam Ja, ja, du, du bist 6 Äh, Samu 7 Und ich bin 8 Mit welchen Nummern? Und die ersten Nummern, die zusammenkommen? Okay Okay, zufalls Generator Erste Nummer ist 2 Wer ist 2? Wer ist 2? Daniel ist 2 Also Daniel, du bist ja schon mein Team Jetzt wählen wir erstmal noch eine andere für andere Team Das sind erstmal die Kapitäne 1 Wer ist 1? Serhat 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 und Daniel ist erstmal, äh, nicht im selben Team Also es geht red Hier ist jetzt noch mein Team für Daniel Äh, 5 Wer ist 5? Ich bin 5 Nein, wer ist 5 Ja, okay Also, äh, Daniel Ray Bei Serhat ist 7 Wer ist 7? Das ist Samu Das ist Samu Samu ist doch 7, oder nicht? Okay, äh, du bist bei Serhat Scheiß Nummer 7 Warte, nein Äh, 1 nochmal Chill, warte, Jungs Shit 2 Hatten 2 schon Scheiße 8 Ich bin 8 Ich bin da bei Daniel, oder was? Nee, nee Nee, nee Wir haben zuerst bei Serhat gemacht Jetzt nochmal bei Daniel und dann nochmal bei Serhat Nein Der, 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 der Serhat Also Also Ja, Ray Ich, ich, ich bin da bei Ray und Daniel Und dann, äh, warte 5 Ich, ich nehme mal bei euch 5 Ja, okay, warte 7 Hatten wir auch schon 8 Hatten wir auch schon 5 Hatten wir auch schon Ja, gib mal eine andere Nummer, du Hund Okay, Jungs, wir machen so Warte Das sind eh noch 2 Spieler, ne? Äh, äh, ne 3 Ja, warte Wir machen einfach 1, 2 Also, Amen ist 1 Und, äh, Adam ist 2 2 Und, und jetzt machen wir einfach, äh, wenn Serhat's Team kommt 2 Wer, wer, wer hab ich noch gesagt? Ufo Ja, okay, da, 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 dann ist Emma bei uns Ist mit mir? Okay, Jungs, Digga, das war absolut unnötig, Digga, dass wir es so gemacht haben Egal, Jalla Ey, bei wem bin ich? Bei dir? Ey, bei wem bin ich? Ey, bei wem bin ich? Also Du bist bei mir und Urs Bei mir, Urs, Ray und, äh, wer noch? Oha, Digga, noch unfairer geht's halt gar nicht Oha, du bist Generator Fimi gegen 4 gegen 4 Ja, wir haben 4 gegen 4 Ola Um Döner, aber Jungs, um Döner Wo das weiß ich nicht Naja, Digga, verpisst euch wieder Die beste Team hat, Digga Wir denken auch, ich mach nur Ich hab ein Pippi da rein Hey, welches Team, ey? Ja, ey, 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 man, du bleibst in unser Team Jake Also, welches? Soll ich in Team 1 bleiben? Ja Jake holt Team 2 Ja, doch, bleibt Team 1 Ey, wer ist bei mir, Serhat? Jake? Ey, 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 wir haben Jake vergessen Wir haben Jake vergessen Oh mein Gott Ey, nee, warte Ja, lass Jake bei euch und einer von euch dann bei uns Warte, 3, 4, 5, 6, 7 Okay, warte, ich kann drüber Ey, ey, ich komm einfach drüber Ey, ey, ich komm einfach drüber Ey, ey, ich komm einfach drüber Ey, die haben Schild, das ist unfair Ey, jetzt können wir bei Döner machen, Digga, ich bin dabei Ey, ey, du ne? Ey, 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 entweder Hey, 3 gegen 3 gegen 6 oder was? 3 gegen 6 oder was? Ja, ja, 5 gegen 5 3 gegen 6 3 gegen 6 Jungs, wer kennt es nicht? Ey, Oos, ist noch nicht drin der Bok Doch, doch, doch Jungs, ich muss kurz drüber Lass doch einfach alle gegen alle! Nein! Aber! Lass doch alle gegen alle! Der Erste bekommt irgendwas! Das geht nicht! Das geht nicht durch! Ja, Rock! Ey, wir können ja Dinge machen! Jungs, wir kommen alle zurück im Zentrum! Wir machen einfach Du Boxweit! Ja, boah, ich bin satt! Ja, nee, nicht was! Du Boxweit! Ja, ihr könnt aussuchen! Ey, Ozen, mit wem bist Du? Ich mach, glaub ich höfst du endlich mit Samu! Ey, jeder kommt hier rein! Jake, 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 wir sind Team! Du bist mein neuer Partner! Daniel und Zehra dann! Ähm, ähm, ähm... Jake legt so raus! Sein Headset! Ey, komm alle hier rein! Ja, die haben wir schon drin hier! Digga, wie der legt! Wie der legt! Wie der legt! Wie der legt! Oh mein Gott! Ey, die haben sogar beide den selben Skin! Ey, die haben auch den selben Skin, Bro! Jetzt starte doch! Nein, da fehlt noch Dings! Nein, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun! Ey, mit wem bin ich? Ey, wir sind alle drin! Wir sind alle drin startet! Nein, lass uns doch Teams machen! Ich weiß gar nicht, mit wem ich bin! Nein, wir müssen dann hinlaufen in diese Potale! Ja, aber... Bruder, ich weiß noch gar nicht... Ey, ey, ey! Wer ist aus? Wer ist aus? Ich bin hier, der hier! Ich bin der hier! Komm! Komm, wir gehen Lila! Dem soll ich! Das Beste wäre einfach vier gegen vier! Ja, komm! Wir gehen, komm! Wir gehen, wir gehen! Wir sind neun, Bro! Wir sind neun! Yo, einer spielt Solo! Ich auf jeden Fall nicht! Hä, nein! Die kann ich mit neun! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun! Ey, weh! Ey, weh! Wir pushen geht das Ero los! Ey, wir campen! Okay, Revan! Habt die Wort! Let's do! Bow, 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 bow! Schiep, bow! Ja, die schießen durch! Obwohl ich hier stehe! 120 hat er! 120 hat er! Push ihn! Ah, look! Ja, 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 ja! Ey, ich gebe aus einen 30er! Ich gebe dir einen 30er! Geh weg! Verpiss dich! Ich schieb mich ganz kurz! Ey, warum ist das bei mir so verzögert? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie schick! Der Top 10 hat! Komm drauf! Ey, Ost! Kick mal im Jake, dass er wieder reinkommen kann! Weil, da kann man vielleicht reden! Oh, das Spiel ist verzögert! Ich halte! Ich halte! Oh, das Spiel ist verzögert! Ich halte! Oh, das Spiel ist verzögert! Chill, lass sie pushen! Lass sie pushen! Nein, nein, nein! Ich bin halt Nahkampf! Ey, Ostkicking kurz, okay? Der hab ich schon! Hab ich schon! Der hat schon gepusht! Der hat schon gepusht! Gott, du hast Quake und Hits! Push ihn! Push ihn, Bro! Push ihn! Hab dich! Samu, ey! 50er! 50er! Ich komm! Ich komm! Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Ich hab einen One-Shot gemacht! Okay! Ich versuchte's Leben! Sorry, Digga! Hey, lass mal ohne Finishing machen, okay? Let's ticken! Hallo? Ich weiß nicht! Hier ohne Finishing! Ja, ist scheiße! Ey, Jungs! Ich will nicht sagen! Ich hab so viele Legs, Junge! Ich hab so viele Legs, Junge! Ich hab so viele Legs, Junge! Sera, komm! Sera, Sera, Sera! Ich hab gleich die Legge! Box hier! Box hier! Bei mir! Box hier! Box hier! Bei mir! Oh, doch nicht! Ey, Max! Falsche, falsche Dings! Warte! Falsche Gruppe! Egal, Jungs! Falsche Gruppe einfach! Egal, Jungs! Ich hab so viele Glocken! Ey, ich hab... Ich hab... Samu, gön dir doch! Samu, Samu! Samu! Warte! Ey, Max! Wenn du mich hörst, ist es falsch Druck! Ich lach dich gleich ein! Spray Duell! Spray Duell! 2,30 Ich geh mal kurz Ja, chill, Junge, ich hab FB-Stacks Ey, Jungs, du spockst nicht, die Map ist frisch verzögert bei mir Nein, das ist dein FB-Stack 2,30, noch 20 Ja, das hab ich gesehen, Zellert, bei mir ist es auch so, Digga Box, 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 hier bei mir, box Ich lieg dabei nicht auf einem Internet Ja, let's goooon, let's goooon Ey, Jungs, ich kann mit meinem Team nicht reden Ich hab doch extra angemacht Angemacht Die Map ist richtig verzögert bei mir, Junge Nein, eigentlich nicht, das bei mir bei Ey, lass doch nicht pushen Okay, 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 okay Box Ich halte Ey, ich seiste bei mir, ich hab einen FB-Stack, ich hab einen FB-Stack Geh weg FB-Stack, crack, crack, crack He's crack Ah, Digger Wolfie ist on-Shot, Wolfie ist on-Shot FB-Stack, Digger Er wurde getroffen, er ist für ein Chill-Break Das f***t ab, Mann! Kannst finischen! Wo ist er? Wo ist der? Äh, chill, er kann pushen! 60 Geld! Ey, Jungs! Ey, Jungs! Jungs, ich würd kurz mal PC noch starten, weil es lag miese Das war ne ganze Mal! Ja, bei mir lag es die ganze Zeit! Ich hab die beste Spieler geholt, aber du musst Shit-Done sagen Nein! Ey, sagst du einmal Shit-Done! Ey, es ist verboten, Shit-Done zu sagen! Wenn Ray einmal sich für Shit-Done sagt, ich finde das ein Schicksal! Er sagt Shit-Done bei einem normalen Killer! Ja, eben! Immer! Ja, normal! Hey, ich feier sie alle auf Ray Spray! Ja, das macht er auch! Spray, ich bin alle auf Ray! Ja, bei mir ist alles, hört zu- Ey, ich bin bei- Immer alle auf Ray! Ey, ey, Jungs, ich darf kurz PC noch, okay? Okay, bitte! Ganz kurz! Jungs, ich darf kurz PC noch sagen!